Seht ihr wie es frisst? Seht ihr das Ohr? Seht ihr alles? Lassen wir den Adi fräsen. Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder etwas ganz besonderes für euch vorbereitet. Kennt ihr das Kultgetränk Ulutagasos? Ich weiß nicht ob das überhaupt so ausgesprochen wird. Das ist auf jeden Fall das hier. Das sieht so aus. Kennt ihr bestimmt vom Dönermann eures Vertrauens. Das habe ich sonst immer in Dosen gesehen. Dann habe ich es in Flaschen gesehen. Dann habe ich es wieder in Dosen gesehen. Aber ursprünglich kenne ich es glaube ich nur aus Dosen. Hier steht auch Frudi Extra. Türkisch Airlines Euroleague. Official Partner. Also das ist der offizielle Partner von der türkischen Luftlinie der Europa Liga. Irgendwas. Keine Ahnung. Was ist das aber genau? Es ist auf jeden Fall Helal. Erfrischungsgetränk mit Fruchtgeschmack. Ulutagasos. Oder wie man das auch immer ausspricht. Kennt ihr das? Original türkisches Erfrischungsgetränk. Hier ist auch ein Dude mit einem Ball. Vielleicht hat er auch eine riesen Zitrone. Oder er hat gerade geklaut und will wegrennen. Auf jeden Fall. Was ist das? Handball? Basketball? Sieht aus wie Handball. Gab es das immer beim Dönermann? Immer wenn man früher da was gespeist hat, hat man sich das einverleibt. Und jetzt habe ich gesehen, es gibt ja sogar Ulutagasos Orange. Während hier noch der Spottler drauf ist, ist bei dem Orange einfach hier so ein Eisberg oder so Eiskristalle. Jetzt mal guckt blöd fürs, äh, kurz dumpfes Dump-Nehel gucken. Der Adi klaut Bonbons. Seht ihr das? Der hat sich jetzt einfach so ein Bonbon rausgenommen. Aber egal, davon lassen wir uns nicht irritieren. Denn das gibt es in zwei Sorten und das wusste ich noch nicht. Ich kenne nur das Normale. Wir werden jetzt das Normale mal aufmachen und probieren. Was ist denn mit ihm? Ich glaube, vielleicht ist das ja auch was anderes. Das ist gar kein Bonbon. Irgendwas hat er jetzt und dann auf irgendwas knuspert er rum. Wir werden das jetzt mal aufmachen. Werden das mal probieren. Das riecht natürlich mega süß. Irgendwie auch so eine Bonbon-Art an sich. Aber irgendwie auch erfrischend. Nehmt das bitte eisgekühlt immer mit. Oder nehmt es mit nach Hause. Stellt es euch in den Kühlschrank im Gefrierfach. Holt es nach zehn Tagen raus. Lutscht es als Eis. Wie auch immer. Aber wer das nicht kennt, probiert das. Denn es schmeckt einfach nach. Legendary Uludag Gasos. Es ist einfach, es ist unbeschreiblich. Es ist halt, es ist halt einfach süß. Wie süßes Bonbon-Wasser. Aber nicht, nicht so, sondern irgendwie anders. Wie kann man das beschreiben? Wer das kennt, schreibt mal rein. Wie kann man das beschreiben? Was ist das für ein Getränk? Und kennt ihr das Orange davor? Da steht ja auch extra drauf. Orange. Im Endeffekt ist das jetzt nur wie so ein abgehalftertes Fanta. Da wäre ich aber enttäuscht. Da wisst ihr ja nur, das Original ist cool und der Rest nicht. Das wollen wir aber auch probieren. Das Orange einfach. Mit Orangengeschmack. Fruchtgehalt 4%. 96% also Chemie und 4% Frucht. Das ist auf jeden Fall cool. Was steht hier? Einfach nur Erfrischungsgetränk mit Fruchtgeschmack. Gut, das hatten wir ja vorhin schon. Und hier sind wenigstens noch 4% Fruchtgehalt drin. Seit 1930 aus dem Wasser des Uludag-Berges. Jetzt wissen wir, dass Uludag ein Berg ist. Fruchtig, spritzig, eigenartig. Auch wieder hellal. Und auch wieder probiert. Irgendwie klebt die ganze Dose. ist auf jeden Fall sehr, äh, sehr, äh, es ist gekühlt. Ja, es ist aber sehr, weiß ich nicht. Meine Mutter würde gleich wieder sagen, wie kannst du sowas trinken. Das hat einen Orangengeschmack, aber das schmeckt irgendwie wie halb abgestandene Orange. Also so etwas muffig, was sich so zieht. Als Uludag. Da brauchst du kein Uludag dazu. Da kannst du auch Mirinda nehmen. Da kannst du irgendwelche Fanda nehmen, die seit 1930 steht oder irgendwas. Also Uludag, nur der Klassiker, ist gut. Meiner Meinung nach. Vielleicht habt ihr einen ganz anderen Geschmack. Uludag Original, das Grüne, unverkennbar. Ich kenn nix, was so schmeckt wie das. Aber das Orange schmeckt halt wirklich nach Orange, wie so viele andere Orangenlimus gibt. Jetzt frisst er wieder an seiner Schale. Der macht mich total verrückt. Wie es eben so viele andere Orangengetränke gibt und sonstige Sachen. Also das muss nicht sein. Aber zum Abschluss, was ich schon ewig nicht gemacht habe, gefühlt, gibt es natürlich wieder eine Dose 5.0er Dosenbier. Denn da habe ich noch zwei Stück hier stehen. Das heißt, eine kann ich jetzt trinken. Eine muss ich mir aufheben, falls ich mal wieder was zu trinken vorstelle. Dass ich da am Ende dann auch das trinke. Das sollte eigentlich mal ein Running Gag sein. Mittlerweile ist es Alkoholzucht und deswegen muss ich am Ende immer eine Dose 5.0er Dosenbier trinken. Außerdem wächst sonst der Bierbauch nicht. Was ist eure Lieblingsbiersorte? Schreibt es mal unten rein. Habt ihr auch schon mal 5.0er Dosenbier getrunken? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und wenn ihr noch andere Sorten von Uludag kennt, schreibt es mal rein. Vielleicht gibt es ja auch noch Zitrone davon. Oder Waldfrucht oder Dönerstyle. Keine Ahnung. Irgendwas. Bis dahin. fröhnt mansioniert. fröhnt. ... Mindestens haltbar bis hier Dosenboden. Dritter Elfter, dann passt es ja noch.